dann wollen wir das auch mal machen erst mal die mitte und außen aus bahn point was los du die enemy wieso haben wir den unten nicht gekriegt ich habe gerade den oben rechts aber der unten er fehlt der bringt mich nach oben und der andere mich dann nach unten ich bin jetzt hier unten gut jetzt wird die mitte wieder eingenommen so ab in die mitte ich in die mitte das geht nach oben dann gehen wir nach oben ist ja egal wo so jetzt noch die mitte kommt jungs nur noch die mitte was warum hat der sonnen verloren we have captured the spawn point the enemy team has taken a spawn point the enemy team just stole one of our spawn points nein der hat damit alle getötet mit der vier naja scheiß warum haben wir keine vier gemacht aber ich muss das jetzt einmal noch gewinnen aua geht ja gar nicht geht das gar nicht so hallo kann mich berühren jetzt habe ich schon wieder einen falschen zauberstab ich weiß nicht warum ich habe den doch gerade schon ausgewählt 30.000 mal plus 55 ey aber hier den nasky ne der macht viel schaden viel heilung den müssen wir auf jeden fall killen weil es überhaupt soweit kommt falls wir einen vierten spieler finden weil nike muss ja mal muss das spieler muss installiert das spiel nochmal neu aber ich muss sagen magiker macht echt spaß komm mal industrial bitch vielleicht würde er ja mitspielen na komm 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 sind jetzt sind das für bütschen einladen ja will ich ja aber ich warte gerade darauf dass er beitritt also dass er das spiel dass ich überhaupt den einladen kann weil da steht noch unbekanntes spiel wird beigetreten unbekannt 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 langweilig kann ich jetzt bitte ein bisschen mit mir spielen oder an mir spielen oder 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 ich weiß nicht warum der da jetzt nicht eingeladen werden kann ist vielleicht am spiel schon drin nennen wir das lebt noch vielleicht ist er nie vielleicht ist er hier in dem aus gruppe entfernen aus gruppe werfen das kann ich machen komm ich will doch nur eine runde noch und in das tool ist ja so ein pro weiß ich nicht ja der ist auch hier so ein magiker fan seit geburt an quasi und der macht am dienstag auch mit bei unserem großen magiker 2 special ich kann ihn nicht einladen vielleicht hat er mich geblockt geblockt vermute mal der ist schon in einem spiel drin ich habe doch gerade gesehen dass der bei mir steht in spiel und dann steht er in das türbild unbekannt spiel wird beigetreten genau wird beigetreten na komm dann machen wir noch eine bis er beigetreten ist vielleicht kriegen wir jetzt die spieler zusammen b vielleicht 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 wer will nochmal wer hat noch nicht ach genau eben noch den da wechseln und hoffentlich behält die den jetzt auch wir können wir noch nicht beitritt nun direkt voll und die rechte seite sieht schon wieder böse aus ja und ich hab schon wieder den falschen stab hast du das öfters hast du den falschen stab in der hand hast ich sag ja nix jetzt mal warum bist du eigentlich so fixiert auf lange lange gegenstände die leuchten das ist eine neue karte oh mit vier spawns irgendwie klemmten da meine spielzüge aber jetzt habe ich dich angegriffen ist das ist das übel was ein gemetze also ich wette es liegt an der an den skills ah hier guck mal in gruppe einladen mal gucken ob er mitmacht da ist er schon da ist er ja schon hallo hallo bist du doch ja ich komme sofort in die gruppe ich muss nur eben das spiel massiv leiser machen ja das kenne ich wobei ich immer noch nicht habe musik und sowas aber diese stimme habe ich laut gelassen dann schreit er zwischendurch ist vor allem beim verlieren so nah und du sagst du machst am 26 mitten ich habe dich schon angepriesen überall ja mache ich das wird ein heidenspaß wettig wir können nachher noch counter-strike spielen ja aber dann kann ich nicht mehr quatschen weil mein baby schlafen möchte und ich schon sinnlos überziehe und schon böse blicke ernte ich bin der böse blicke ernte und ein mittelfinger ja aber das spreche ich jetzt nicht laut aus mit dem sicherungskasten hast du schon ihr spiel suchen gemacht ne bist du so weit ich bin soweit ja ich habe alles fertig aber jetzt sagen ich du hast schon wieder teleportieren gemacht doch was habt ihr gemacht teleport und die teleport dinge da einnehmen muss ok das verkacken wir die ganze zeit das vorhin wo wir angefangen haben das erste mal gespielt haben aber die erste runde gewonnen und seitdem verlieren wir nur noch ok oder zweimal haben wir sogar gewonnen ja aber die sind ja auch immer die typen ja guck mal der ja schon wieder mit seinen komischen papageienkostüm ok das ist auch noch ganz neu in dem spiel ich habe meinen charakter noch nicht angepasst also aber ja ich bin ganz neu oh nein die hoffnung ist davon also ich habe es mal für zehn minuten oder so gespielt aber auch nur das tutorial deswegen einer muss da oben gehen und kurs hast du es gerade erzählt dass er das von anfang an gespielt hat ja den ersten teil mag ich gar nicht gespielt aber da gab es noch erst obwohl er ist ja jetzt muss ich ja alleine gegen alle ja ich habe direkt zwei immer typen wie ich bin doch gar nicht bei dir aber in das der erste fehlt und star wars we've lost the spawn point we've lost the spawn point ah tot und dagegen halten kann neben wieder bei naik funktioniert es immer noch nicht Alter! gegen 4 kommst du glaube ich nicht an nee wir müssen spawn point einnehmen aber wir haben ja einen wir sollten jetzt auch keinen mehr verlieren jetzt kommen die alle hier zu mir der enemy team hast taken a spawn point wie schnell ich tot war ne we have acquired an additional spawn point das Ding ist echt übel dieser johnny dieser johnny der ist echt übel da genau der ja wie kannst du besser als die Leute ist das krass counter strike counter strike gleich gleich lass uns nur eine wir können gar nicht mehr spielen ich kann nicht mehr spielen ich kann gar nicht irgendwie was anklicken kannst du gar nicht ich kann meinen charakter gar nicht anpassen irgendwie ja neid dann viel spaß in london sind so schlösser drüber ja das wird später freigeschaltet ach so je nachdem also wenn er level ich kommt bei uns fing das an bei level 3 oder so dann wird das oben alles frei ach so weil ich habe ja zusatzausrüstung eben dadurch dass ich magiker 2 das macht schlösser dr Vielen Dank.